Bonjour Berlin, heute mit Roland Pichler von der Stuttgarter Zeitung. Guten Morgen nach Berlin. Guten Tag, nach Bonn. Ja, also ab 14 Uhr der CSU-Parteitag heute in München. Ohne die Kanzlerin, aber möglicherweise mit einem Erfolg für Verkehrsminister Dobrindt. Die Maut kommt wohl doch. Jedenfalls titelt so die Bild-Zeitung. Und entsprechende Berichte werden ja von der EU-Kommission in Brüssel bestätigt. Herr Pichler, was bedeutet das jetzt für die CSU am Tag dieses Parteitages? Das ist natürlich ein ganz großer Überraschungserfolg für Alexander Dobrindt, den Verkehrsminister, und für die gesamte CSU, die dieses Projekt ja immer eingefordert hat gegen große Widerstände. Und zuletzt galt diese Maut ja eigentlich schon als Tod. Die Kommission hatte geklagt gegen dieses Vorhaben. Insofern ist es sicher für den Parteitag ein guter Auftakt. Wird der Parteitag so verschmerzen können, schlussendlich? Verschmerzen muss man vielleicht in Anführungsstrichen sagen, dass die Kanzlerin nicht anwesend sein wird? Das bleibt natürlich nach wie vor ein wichtiges Thema. Die Parteien oder die Schwesterparteien versuchen ja, das als Randnotiz darzustellen, dass die Kanzlerin nicht kommt und vermutlich auch Horst Seehofer, der CSU-Vorsitzende, nicht den CDU-Parteitag besuchen wird. Dennoch, glaube ich, kann man daraus schon sehen, wie schwierig das Verhältnis ist. Und es lässt sich daran auch ablesen, dass die Popularität der Kanzlerin nicht zuletzt gesunken ist, weil diese Selbstverständlichkeit, dass die Bundeskanzlerin auch den CSU-Parteitag besucht, die ist nicht mehr vorhanden. Und das ist auch für Merkel eine Niederlage. Auch für Horst Seehofer, der immer darauf achtet, dass die CSU mehr ist als eine Regionalpartei, muss diesmal verschmerzen, dass die Bundeskanzlerin nicht nach München kommen wird. Also man darf gespannt sein, ob die CSU tatsächlich dann Plakate für Frau Merkel aufhängen wird. Möglicherweise wird dann im Wahlkampf ja Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg Plakate für die Kanzlerin aufhängen. Er hat sich ja sehr deutlich für eine weitere Kanzlerschaft ausgesprochen. Ja, wie ist das denn zu interpretieren? Winfried Kretschmann gehört ja zu dieser Spezies von Politikern, die hin und wieder sagen, was sie denken. Er hat aus seiner Achtung für die Bundeskanzlerin nie ein Hehl gemacht. Und insofern passt diese jüngste Äußerung natürlich zu seiner Politik. Er schätzt sie einfach an Wert, weil sie in der europäischen Politik, auch in der Außenpolitik aus seiner Sicht sehr gute Arbeit leistet. Und ich finde das Überraschende, was er jetzt hinzugefügt hat, ist eigentlich die Aussage, dass er sich keinen anderen vorstellen kann, der das so gut macht wie die Bundeskanzlerin. Das ist für einen Oppositionspolitiker im Bund dann natürlich schon eine bemerkenswerte Aussage, weil es auch Rückschlüsse zulässt, was Kanzlerkandidaten von der SPD anbelangt. Also die sind mit dieser Aussage von Winfried Kretschmann nicht gerade geadelt. Ja, das spricht mehr für eine schwarz-grüne Richtung. Das wäre so gesehen auch keine Neuigkeit. Am Sonntag ist ja der nächste Termin im Kanzleramt, wo es darum gehen soll, einen Kandidaten zu finden zwischen den drei Parteivorsitzenden. Wäre Winfried Kretschmann nicht so ein Kandidat, den die Kanzlerin vorschlagen könnte? Für die Kanzlerin wäre es sicher schwierig, einen grünen Politiker vorzuschlagen, weil die Erwartungen in der Union sind natürlich die, dass ein Unionskandidat doch, oder zumindest ein neutraler Kandidat dann benannt wird. Winfried Kretschmann selber hat auch immer gesagt, dass er seine Aufgaben eigentlich im Land sieht. Und ich würde das ihm eigentlich auch abnehmen. Ich sehe Winfried Kretschmann eher in Baden-Württemberg als Bundespräsident. So, zum Schluss noch, Herr Pichtler, Sie sind von der Stuttgarter Zeitung. In Baden-Württemberg heißt es ja, kann man mit Geld umgehen. Heute kommt die Steuerschätzung. Finanzminister Schäuble wird Sie nachher vorstellen. Um 14 Uhr wird das sein. Wie wird die denn aussehen? Wie viel Geld, wie viel Kohle kommt denn in die Kassen? Es kommt nach wie vor viel Geld in die Kasse, wobei man auch sagen muss, die Zeit der großen Zuwächse ist vorbei. Wir hatten ja die letzten Jahre gesehen, dass von Steuer zu Steuerschätzung die Erwartungen immer weiter in die Höhe schossen. Das wird dieses Mal nicht mehr der Fall sein. In diesem Jahr sind die Einnahmen nach wie vor sehr gut. Und es wird sich letzten Endes die Frage stellen, was macht man mit dem vielen Geld? Da muss Finanzminister Wolfgang Schäuble dämpfen, die Hoffnungen, weil doch die Erwartungen sehr überschießen, was man mit diesem Geld gerade ein Jahr vor der Bundestagswahl alles machen kann. Ja, und irgendwann kommt auch die Schuldengrenze, die dann irgendwann auch greifen wird. Roland Pichler war das von der Stuttgarter Zeitung. Vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch nach Berlin. Ihnen auch nach Brunnen. Vielen Dank.